Ich meckere über Fehlbesetzungen bei Filmen, die ich noch nicht mal gesehen habe. Rede einfach mal mit ihm und schau, ob du ihn beruhigen kannst. Wenn ich bei Videospielen Scheiße baue, lasse ich das immer an meiner Umgebung aus. Ich rege mich sehr leicht auf. Wenn wir ein Brettspiel spielen und du gewinnst, schneise ich dir die Ohren ab. Bitte senken Sie Ihr Wutrating um mindestens 50%. Jack sieht echt gut aus und das gibt mir das Gefühl, nicht so gut auszusehen und das macht mich wütend. Oh, so ehrlich, es muss doch einen Weg geben, den Karl etwas abzukühlen. Nein, Jack hat mich hier sitzen lassen und er zahlt auch nicht so toll, darum musst du dir jetzt meine Hass-Tiraden anhören. Ich hasse Bücher. Ich hasse fast alles. Wenn jemand was mag, was ich nicht mag, würde ich ihm am liebsten alles kaputt machen. Wenn jemand was nicht mag, was ich mag, würde ich am liebsten seine Familie killen. Hass, Hass. Hass. Wutend! So, so... Keine Bange, ich bin cool.